Hallo und herzlich willkommen hier im Thomas-Loch-Bürstel-Training-Studio. Mein Name ist Gunn und heute gehen wir ein schönes Video durch. Thema 3 Übungen bei Knie-Schmerzen. Also, wenn ihr aktuell merkt, da ist was, ich merke da einfach eine gewisse Spannung. Klar, es ist immer wichtig, wenn es über die Schmerzgrenze geht, würde ich immer zum Arzt gehen, immer mal kontrollieren lassen. Aber wenn ihr einfach merkt, okay, das ist jetzt nichts Schlimmes, macht diese 3 Übungen, baut die im Trainingsplan ein. In den meisten Fällen kriegen die Leute einfach nur Knie-Schmerzen, weil sie unbeweglich sind. Bedeutet unbeweglich, einfach, ob das jetzt der Oberschenkel-Vorderseite, Ruckseite ist, durch den vielen Sitzen, ist oft einfach das Verhältnis, deswegen ist es nicht in Ordnung. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir die Beinmuskulatur dehnen, bessere Beweglichkeit, in der Regel oder ganz, ganz oft sind denn die Knie-Schmerzen weg. Solche Übungen würde ich auch immer tatsächlich einfach barfuß machen. Erste Übung habe ich mich ein bisschen schräg hingelegt. Das wäre einfach wie so der Schneidesitz. Wir würden jetzt einfach hier uns hinsetzen, das andere Beinchen legen wir einfach ganz normal ab. Und ich würde jetzt hier, wichtig ist, versucht es tatsächlich, dass hier die Ruckseite oder die Vorderseite vom Fuß richtig schön gerade zum Boden ist. Für viele Leute wird das jetzt hier, diese Position, schon Probleme bereiten. Und das ist wieder auch wieder wichtig, das Thema Sprunggelenk, Beweglichkeit. Ganz, ganz wichtig, unbewegliches Sprunggelenk, wer muss ausgleichen, ganz klar, das Kniegelenk. Deswegen erstmal hier, wer das jetzt schon ein bisschen Probleme macht, arbeitet es nur da rein. Aber das wäre jetzt nur Sprunggelenk. Wir wollen hier Spannung auf die Oberschenkelvorderseite, deswegen wichtig, wir wollen hier nicht heben, kein Becken heben. Wir schieben hier die linke Pohälfte gegen die Ferse. Und wir legen uns einfach nach hinten ab. Wer es schafft, kann gerne auch die Ellenbogen zum Boden ablegen. Aber für die meisten Leute wird das hier reichen, Bauchnabel nach unten drücken. Genau. Und wenn wir das hier aktiv nach unten drücken, das Becken in den Boden oder Gesäß in den Boden drücken, merkt man hier eine wunderschöne Spannung auf der Oberschenkelvorderseite. Wichtig ist, es sollte aushaltbar sein. Ist die Spannung nach hinten zu Matsch? Einfach nach vorne wichtig. Das Kniegelenk bleibt auf dem Boden, hebt nicht ab. Sucht euren Punkt, wo ihr merkt, da kann ich jetzt locker 90 Sekunden, wenn nicht sogar 2 Minuten verbringen. Das ist ja wissenschaftlich bewiesen, 30, 45 Sekunden eine Dehnung zu halten ist nicht sehr effektiv. Man muss schon richtig 90 Sekunden, 2 Minuten die Dehnung halten, damit die Struktur die Muskulatur nachlässt. Das ist ganz, ganz wichtig. Sehr schön. Wir machen jetzt keine 2 Minuten, aber ihr könnt es natürlich locker 2 Minuten machen. Aber ich zeige euch jetzt erstmal die Übungen und jetzt zeige ich es hier einfach mal von der Vorderseite. Genau, vielleicht auch schön zu sehen. Also wir setzen uns hier auf eine Seite hin, legen hier uns gemütlich hin. Hier, denkt dran, Vorderfuß ist komplett, drehen mich ein bisschen, komplett auf den Boden. Hier legen wir uns gemütlich ab und wir dehnen uns. Für manche Leute reicht schon diese leichte Neigung nach hinten, damit hier ordentliche Spannung auf die Oberschenkel-Vorderseite ist. Wir wollen aber weiter nach hinten oder Ziel sollte es sein, weiter nach hinten. Und ich merke jetzt komischerweise auf dieser rechten Seite deutlich mehr Spannung. Gut, ich war gestern lange snowboarden. Vielleicht ist das hier einfach das rechte Bein mehr beansprucht worden gestern. Dadurch merke ich viel, viel mehr Spannung in dieser Position schon und das reicht mir. Wichtig, Bauchnaben nach innen ziehen. Gesäß drücken wir nach unten gegen die Ferse und dadurch bauen wir noch mehr Spannung auf. Und auch hier natürlich 90 Sekunden, 2 Minuten halten. Okay, sehr schön. Perfekt, das wäre die erste Übung. Denkst dran, 2 Minuten halten. 2. 3. Übungen werden wir stehend machen. Deswegen mache ich jetzt mal kurz die Kamera hoch und dann machen wir gleich weiter. So, sehr schön. Da bin ich wieder aufgestanden, Matte quergelegt. Die nächsten zwei Übungen, wie gesagt, machen wir stehend. Erste Übung. Wir sind, egal was wir machen, immer stolz. Gerade Rücken, Schultern sind tief nach hinten. Und wir stellen unser Standbein, also links, ich bin jetzt links aufs Standbein, ist leicht gebeugt. Rechts die Ferse auf dem Boden. Und jetzt ist wichtig, aktiv die Fußspitze hoch schieben. Also richtig hoch schieben, Standbein leicht gebeugt. Und jetzt möchte ich gerne rund rücken, wir sind gerne Igelchen. Gerade Rücken und wir schieben einfach vor. Und wir drücken hier richtig, also hier beim rechten Bein ist das Knie durchgedrückt. Und wir schieben die Kniekehle runter zum Boden. Hier dürfen wir uns ein bisschen absetzen. Genau, und dann merkt man, wichtig hier die Fußspitze nicht zu halb, sondern richtig aktiv heranschieben. Und dann merkt man, vielleicht manche Leute werden es schon merken, die Wadenmuskulatur, Übergang Kniekehle und vor allem auch Oberschenkelrugseite. Ganz, ganz wichtig. Wie bei der ersten Übung gehabt, 90 Sekunden, zwei Minuten halten und dann werden wir wechseln von Seite. Auch hier, wir sind stolz, wir haben hier einen geraden Rücken und drücken da aktiv rein. Nach zwei Minuten, Seitenwechsel. Standbein, kannst gerne mal von der vordere Seite zeigen. Standbein ist leicht gebeugt. Wir stellen die Ferse vorne ab, wichtig. Fußspitze schon mal richtig aktiv hoch schieben. Und jetzt gehen wir mit einem geraden Rücken nach vorne, drücken ruhig, dass wir hier nicht gebeugt sind, sondern wir wollen hier tatsächlich das Gelenk, linkes Kniegelenk. Schön durchdrücken, Fußspitze aktiv richtig heranschieben. Dadurch merkt man, man merkt es, wenn ich hier den Fuß so halb hängen habe, gegenüber ist es eine komplett andere Spannung. Wenn ich hier aktiv hoch schiebe, Brust voraus und schön mit einem geraden Rücken nach vorne, unten gehen. Dann merkt man hier schön, richtig schöne Spannung, wie gesagt, auf die Waden, Kniekehle, Übergang dann zum hinteren Oberschenkel. Sehr schön. Und für die dritte Übung brauchen wir eigentlich nur eine leichte Erhöhung. Also ich habe jetzt hier so ein Blackroll, ein Mini, das ist so, was wird denn das sein, ja, vier Zentimeter Erhöhung, das reicht vollkommen. Ihr nehmt es zu Hause oder ihr habt sowas daheim, einfach ein festes Buch mit einer guten Erhöhung, das reicht vollkommen. Ich mache es mal weg von der Matte, damit man es besser hier sieht auf dem Boden. Würde ich jetzt einfach auf dem Boden ablegen und ich würde jetzt hier, weil jetzt habe ich hier das Thema Sprunggelenk, so der Vorderfuß, die Zähne nicht ganz, einfach, dass wir so eine kleine Neigung nach vorne haben, das reicht. Und ich würde jetzt einfach einen Schritt nach vorne machen und das ganze Becken aktiv nach vorne schieben. Dadurch baue ich jetzt richtig Spannung auf die Wadenmuskulatur auf. Wichtig ist, wenn ich hinten oder das rechte Bein leicht gebeugt habe, wie jetzt, merke ich wenig Spannung. Wenn ich aber das aktiv, das rechte Bein aktiv durchdrücke nach hinten und dann den Oberkörper schön nach vorne schieben, merke ich, dass es richtig, richtig schön in die Wadenmuskulatur und das möchte ich erreichen. Also, schön den Fuß vorne abstellen, der darf ruhig ziemlich hoch sein. Und dann schiebe ich weit nach vorne, aber jetzt habe ich richtig Spannung. Wir sind stolz und schieben das Becken hier, auch den Hüftbeugebecken nach vorne schieben und auch hier wieder zwei Minuten aktiv halten. Wenn jemand möchte, kann hier gerne die Wand sein und einfach sich so ein bisschen stützen an der Wand. Für mich reicht es jetzt komplett, damit ich richtig Zug auf die Wadenmuskulatur habe. Wenn ich es jetzt mal wechseln würde oder jetzt einfach von vorne zeigen würde, jetzt die linke Seite, genau, passt, Fischchen vor, Fischchen schön drauf und jetzt schiebe ich weit das Bein, also wir bleiben hüftbreit und jetzt schiebe ich. Das dauert ab und zu mal so ein paar Sekunden, bis dann die Muskulatur, ah, jetzt ist er da, jetzt bauen wir ihm auf, auf Spannung, jetzt drücke ich das hintere Bein nochmal nach hinten durch, zack, jetzt meldet sich die Wadenmuskulatur und der ist ganz, ganz auch wichtig, weil eine gute, gedehnte Wadenmuskulatur, dadurch verhindert man Probleme mit der Achillessehne und auch natürlich mit dem Fußgelenk. Wenn da was sein würde, ist natürlich das nächste Gelenk, was kommt, das ist das Kniegelenk und das würde dann ausgleichen müssen und das wollen wir nicht. Genau, deswegen ganz, ganz wichtig, dass da gedehnt wird. Perfekt, da merke ich, schön, das ist interessant zu sehen. Vorher war es auf die rechte Seite, war der Oberschenkel bei mir, deutlich mehr auf Spannung. Hier zum Beispiel ist es mehr die linke Wadenmuskulatur, die deutlich, deutlich mehr auf Zug ist. Also Hausaufgabe, vielleicht hält dich da links heute mal ein bisschen länger. Genau, so würde ich es machen. Perfekt, sehr schön. Das wären jetzt, aber ihr nehmt da gerne ein Buch, das geht wunderbar. Hauptsache das Buch darf nicht nachgeben, also es soll schon ein festes Buch sein von 4-5 cm, das reicht. Sehr schön. Das wären unsere drei Übungen, die ihr machen sollt, wenn ihr Knieschmerzen habt. Und wir haben noch vorher ein Video gemacht mit Übungen gegen Knieschmerzen, also die könnt ihr gerne kombinieren, weil das war jetzt eine reine Dehnübung oder Beweglichkeitsvideo oder drei Übungen für Beweglichkeit. Ihr sollt natürlich auch unbedingt die Muskulatur kräftigen, die das Kniegelenk stützen. Deswegen schaut sie euch das Video auch an und dann könnt ihr die schön kombinieren und dann hättest du sechs Übungen, die ihr unbedingt dann im Trainingsplan die nächste Zeit einbauen sollt. Perfekt, ich hoffe es hat euch gefallen. Beifragen, wir sind für euch da. Macht ein kleines Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Abonniert sie uns gleich und dann habt ihr gleich die nächsten Videos für euch parat. Sehr schön. Ich habe mich gefreut, wünsche euch viel Spaß im Training und ansonsten noch einen schönen Tag oder schöne Woche. Ciao, ciao.